Willkommen zu einem neuen Part TTT auf der Map, Cloud Factory mit viel Waffen und so und hier tot durch runterfallen mit mir, der Reaper, der Echse, hallo, das Nabu-chan, hallo, das Ney, Banschei, und der beste Wanderer, hallo, die wollte ich haben, Cyberwatch, was sollst du haben, da kannst du haben, da hier, diegel wollte ich, huch, da ist keine Tüge, er wurde gerade behandelt, Was!? Das war kein Diegel, Es war keine Diegel, Es war keine được, es hab keine Diegel wirklich. Das war eine Diegel. Das du hast hier im Bauch stecken bei mir. Oh. Argh. Nein, 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 nein ... Ich bin auch schon glücklich, ich hab was ich mö 함. Ah, nein, 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 nein descrição. Du gehst grad nicht, jemand auf der Karte, der in eine Disco-Meld werfen kann. Das ist ein Plastik-Kommer-Bahn einfach. Ja ne, Disco ist einfach zu werfen, ist auf jeden Fall auch immer ohne jegliche Gefahr. Alter, schnell mich töten! Was? Ich schreib eh keinen. Ja, genau. Du bist doch wieder zurückgenommen, weil du da hättest du eigentlich schon weg von der Disco. Alter, schnell wollt mich grad töten! Selbst schuld, würdest du sagen. Ja, ich seh sie ja nicht. Ja, das geh ich eigentlich nicht. Boah, mein Gott, schnell! Stopp ich nicht! Wenn ich da einen No-Traitor, dann darf ich alle töten. Du darfst du auch keinen töten! Du darfst du auch keinen töten! Deswegen! NAY! Wer ist NAY? Wer ist NAY? Wer ist NAY? Wer ist NAY? Die Definition Master! Alter, Slay geht mir mal grad so perne dran auf die Eier gerade, ne? Was genau macht du rüber da? Hä? Ich bin auch noch! Achso, er steht rum! Kann man eigentlich von den Dinger da zerstören? Ich stehe rum, ich lauf rum! Du standest gerade so... Also, da! Für ne Sekunde! Also, für mich ist er rumgelaufen! Ich sag ja nicht, dass du was gemacht hattest! Na, Wann war... Hallo, Exe! Ruf der Fahrschluss wieder weg! Ja, unten schießt doch was! Ja, ich hab Wann war geschossen, um ihm Angst einzujagen! Das funktioniert nicht! Ach, Drohschuss! Drohschuss! Das hat so ne 98% Durchfallquote, so ähnlich wie bei uns die Prüfung! Durchfall? 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 Du musst doch nicht rumgelaufen! Oh, nein! Wann war! 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 Du schwimmst! Du schwimmst! Hey, guck mal! Hey! 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 Weeper! Warum immer da, wo ich bin? Wie bist du da hinterkommen? Äh, der kommt man halt hoch, ne? Ist doch nice! Du Träter, ey! Das ist ja... Okay! Ja, genau! Du weißt, es ist auch keine Zeugen hier! Lol! Weeper ist untergefallen! Aber hat Weeper überlebt? Zeigang! Der lebt doch! Oh nein! Ja, er... Exe ist hoch! Exe ist hoch! Exe ist hoch! Ja, gut! Ja, gut! Ne? Oh, Mann! Oh, Mann! Nein! Da ist noch einer tot! Was ist denn das? Ich confirm die mal, ne? Also, einer davon ist ja auf jeden Fall Echse! Ja, gut! Du siehst, einer war komm Echse! Der ist ja auch schon confirm! Ja, stimmt! Was ist er? Ja, ne? Snail! Ja, gut! Hatten wir gedacht, das wäre ein Flottwist? Aber... Nein! War doch keiner! Das ist ja mal schade! Nee! Konnte mal mit rechnen! Hm, hm! Weiden wir damit zu rechnen! Ja! 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 Das hab ich mir auch so ein bisschen gedacht grad! Einfach schluss! Einfach schluss! Keine! Ja! Aber... War nicht schlimm. Hat keine geschneit. Hat keine geschneit. Die Frage ist halt... Wahrscheinlich hat sich Reaper gerade mit seinen Admin-Hacks unter die Karte befördert. Hm... So wie es hier aussieht. Alter, wo ist denn der? Ja, unter der Karte. Der ist unter diesen... Dingern halt noch. Revan, komm. So hoch ist ihr da. Ich denke gar nicht. Das sind 28 Sekunden noch bei der Woche. Warnbar, kannst du mal nach da unten? Geh! Ach, das ist ein... Ah... Warnbar, du sollst nach da unten gehen. Wir haben Stress. Ja, ist doch mein Ziel. Ja, wir haben Stress, Warnbar. Wo ist er denn hin? Nein! Was war das denn? Na, ich hab grad nur erfasst mich. Aber nur erfasst mich. Na, was? Ja, ne, Physik, welcome. Alter, da kämpft der in der Ecke, dein Ernst! Ja, das sind die Admin... Nicht nur die Admin-Hacks, sondern auch die Admin-Skills. Alter! Ja, kämpft, ist klar. Proton, die Klappe zwar... Oh, Gottes Willen! Ja! Das ist Area-Camping, bevor du schreibst. Das ist nicht campen. Das ist Area-Camping, meine Meinung nach. Permanent Physik. Er ist in dem Moment in die Ecke gegangen, als du da runtergesprungen bist. Ja, in einer Area. Eine Area. Die Area ist groß. Die ist groß. Die ist doch nicht groß. Die Klappe da. Auch beschlossen. Ich hatte hier erst, als ihr gesagt habt, dass ihr im Fahrstuhl da, äh... Dass er da runter rollt, ne? Hab ich mich da hingestellt und hab auf euch gewartet. Und dann in dem Moment ist er rüber gelaufen, als du da runtergesprungen bist. Genau, da kam ich runter. Bei dem Sprung ins Wasser von dir hab ich nämlich gesehen. Und genau in dem Moment hat er sich erst in die Ecke reingestellt. Das war also kein Campen. Nö. Area-Camping. Ja, ich kam ja nicht raus. Ihr habt ja beide Eingänge über den Aller-Camping. Wir hatten nicht beide Eingänge. Wenn du mit dem Fahrstuhl hochgefahren wärst, hätten wir dich niemals gehabt. Nö. Doch, Wann war hättest du. Wann war hättest du auch nicht gepeilen, auf die Schrelle. Der wär auch so auf dem Zug gelaufen. Doch, Wann war stand oben direkt vor dem Fahrstuhl. Da zwei Stunden dringend Wann war. Hallo, Wann war stand oben direkt nicht um Fahrstuhl. Der hättest gecheckt. Wann war rumgelaufen ist, ist der unten nicht da. Wär möglich gewesen, ja. Wär möglich gewesen, ja. Hättest du nicht weglaufen können, wann hättest du nicht gefallen, wenn er weggelaufen wär. Ich hätte nicht gesehen, weil ich so ganz oben war. Wann war wir mich töten? Wann bin ich nicht töten? Ja, ehrlich. Wann bin ich nicht töten? Erledigt? Okay. Huch. Ach, das ist ne... Das sah erst nicht so erfolgreich aus, Reaper. Besser als die Huge, das dürfte die auch hier sein. Die Höhe ist mir hier zu huge. Weißt du, wo sonst auch ein, äh, die gespawn ist? Komm hoch, machen wir. Komm hoch. Nee, ich weiß, was du mit deinen Vorhersen machst. Ja, aber es gibt auch zwischendurch zu randomen Dinge. Du willst sie mir in mein Unterleib rammen. Ich hab der 15 mal im Anschlag. Was war? Also... Unten ist einer und ich hab ne Glocke in der Hand, ne Glocke. Die hast du geschoppt, ey. Ich schieße dich gleich mit der Glocke an, wenn du weißt, warum ist die jetzt ne Lige in der Hand? Was machst du sauber? Was machst du sauber? Wir schieben mit der P228 nicht auf Leute, die dich übertreffen. Alter! Alter! Der steht direkt vor dir sogar. Bis dann bin ich auch direkt auf den Skam. Nein! Na wo ist es? Was? Ja, auf jeden Fall, ne? Was ist passiert? Ja, ich würd sagen, Mr. Wanweißes. Nö, glaub ich nicht. Wieso? Glaub ich nicht. Ah ne, falsche Toaster. Ich hab zwei Leichen gefunden. Echt? Ich hab auch ne Leiche gefunden. Tschüss, Dexter! Nein! Nein! Ey, komm! Ich war im Tod. Also, mach das aber einfach, ne? Alter! So! Schön! Ernsthaft! Toll! Newton Launcher! Wow! Hahaha! Der ist so schön auf der Karte. Newton Launcher, ey! Yo! Newton Launch! Ich mach einfach gar nichts. Wie? Wie? Ich tanze! Kurze Frage. Wie? Rechtsklick gedrückt halten. Wobei, normal hättest's wahrscheinlich auch gebracht. Hast du mich runtergegriffen? Rechtsklick gedrückt halten und dann loslassen. Genau. Ich hab keine Ahnung, wovon du rechnest. Hahaha! Jaja! Oh, da ist jemand runtergesprungen. Da hat jemand die Abkürzung vertikal gedrückt. Ja, Rita! Komm raus! Da ist der Ecke! Komm raus! Ich hab hier einen prominenten Vorteil. Hey, wie Leute runter schubsen! Was? Nein! Aber was ist denn hier los? Hau doch eine Zaube hier rein! Ich komm da in die Ecke! Ich komm in die Ecke! Ich mach doch nichts! Angst! Oh, oh! Komm, ich löse mal die Ecke auf hier. Und die Disco. Neck auf! Ähm! Snay hat tatsächlich die Disco geworfen. Die Lichter an deinem linken Fuß! Waaay! Alter! Wer ist immer's denn überlebt! Ohne Schaden! Äh, du musst hier zwischenfallen. Alter, das ist ja unfassbar! Alter, welcher! Wie war dieser Admin-Hacks? Cyberman-Tracker! Alter! Okay! Michelle gestorben! Ich glaube, das war ein Kollateralschaden von Snay. Und ich glaube, der andere ist Snay. Schnell ist tot? Das stimmt. Aber hat er verdient! Ja, ne? Ähm... Irgendwo... ...in gewissen Maßen vertraue ich Weepa. Okay. Ich kann mich ja noch mal sagen. Ich hab gerade Angst vor ihm. Ich hab gerade Angst vor ihm. Ex-Navoka, duelliert euch doch mal. Ach, wenn ich mich vor dir versteckt sollst du mich nicht sehen. Nein! Hallo Weepa! Wenn ich tot bin, ist es Ex-Navoka. Ach nee, ich will hier nix von dir. Ex-Navoka! Ja, komm! Schönen Lügen oder was? Was ist das? Gerade da liegt... Ey, hier liegt es selber auf Bord. Hallo! Hi! Weepa stellt sich hier. Tot hier. Ja, er lebt aber noch. Oh, mein Rücken juckt. Was machst du da? Ich warte auf ihn. Auf den Aufzug warten. Hey! Er hat geschossen! Hey! Jaaa... Er hat startet auch drauf! Hey! Was ist denn das für Zweck? Du hast auf mich geschossen! Bin ich gerade runtergefahren und ich bin Patu... Genau so bin ich ja auch schon mal gestorben. Hey! Der war schon so lange weggefahren, man! Der war doch überhaupt nicht lang weg. Bei mir war der noch dort. Ich bin drauf. Auf einmal fall ich da runter. Oh mein Gott! Ey! Das ist erst heute nicht Eigenverschulden gewesen. Alter! Das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Da wurde mir das als Eigenverschulden angeklagt. Ich glaube, ich häng hier scheiße. Ähm... Ja, aber... Bei der Web sind allgemein die Fahrstühle... Zwisch... ...durch relativ scheiße. Ja... Passiert. Also manchmal stehen die noch da und du fällst trotzdem runter, obwohl die noch da sind. Ja, dein Geschissen halt! Sehr interessant. Sehr interessant. Interessante Theorie... Ich nehm jetzt einfach den Fall in der Plasmids, das ich überhaupt nicht gemacht habe! Na, wo hat sich genau wegbewegt, als ich hier einen Hatshot gegeben habe mit der Wimshot! Ach, der was ist denn der Wimshot gegeben? Das hast du ja noch ein Hatshot gegeben, mit der... Die habe ich auch nie behauptet. Ja, Satzbau. 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 Es wäre aber einer gewesen, wenn sie sich nicht Millimeter bewegt hätte. Konjunktiv, Konjunktiv. Kette wenn und aber. Ich mache doch so im Endeffekt keinen Unterschied. Weißt du eh, was ich meine, Mann. Naja. Das ist die Hauptsache. Was haben wir? Ach, guck mal. Er ist da oben. Am höchsten Punkt der Karte wahrscheinlich? Ich bin gerade zu hoch. Aber ich bin nicht so. Ich weiß nicht, ob noch jemand höher ist. Ja, ich glaube aber, das ist der höchste Punkt. Schaff den Sprung in deinen Tunnel rein. Ja, das dürfte halt der höchste sein. Ach so, ja. Hier kriegst du das Blaue. Mal gucken, ob ich getroffen habe. Ähm, das wäre kacke. Oh, ich habe dich getroffen. Dann kriegst du noch was. Ich bin noch was. Ach, Leutchen. Was ist denn falsch? Ich verteile mir mal Geschenke gerade. Wo ist denn eine andere gerade hingefallen? Wo willst du die hin? Damit man dich da... Random. Ja, der liegt glaube ich oben. Ach so. Ich bin auf den oben rumeiern. Ey, da sind zwei Lichen runtergefallen. Ja, der ist... Was war? Ey, WANVA, 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 WANVA ist, WANVA ist. Ach ja, WANVA sagt, dass WANVA ist. WANVA sagt, dass WANVA ist. Müsst mir schon fast mal Confirmen nehmen dann. Hahahaha. Hä, bist du jetzt mit dem Fahrstuhl hoch? Ja. Ohne mich? Äh, sorry? Ja, oben in so einer Hälfte stecken geblieben. Das war aber gefährlich. Nein! WANVA, WANVA, was hast du schon mir denn? Rotation Gun? Was hat denn da gescheffert gerade? Das ist doch keine Rotation Gun! Nein! Ha! Da wo der schießt. Du schießt wahrscheinlich auch noch gleich noch. Wo? Irgendwo. Nein! Ah! Hat doch getroffen! Da! Da! Bist du tot? Nee, noch nicht ganz. Wo ist er denn? Der liegt da, wo du bist! Oh! Ey, aber wann war es? Oh Mann, wann war es? Ich hab gehofft, dass du dich nur perfekt in meine Brandgranate reinstellst, die ich grad vor meinem Tod aufgeworfen hab, auf die Schnelle. Ja, ich hab nur Schalen bekommen, aber nicht so. Ja, ich weiß. Ich hab gehofft, dass du dich perfekt reinstellst, aber so 50 Damage davonnimmst. Ja, ja, 50 Damage hast du bekommen. Oder ist das gleiche? Wirklich, ich bin geflogen. Echt? Ja. Ey, 50 hatte ich. Ich hab auch eine Luftspawn, was ist denn das? Ja, es gibt einen Luftspawn hier. Ach, komm. Come on, ey. Come on. Come on and slam. Ja, jetzt spawn ich das zweite Mal in der Luft, und dann, das wär's dann noch. Ach du, boah, das ist scheiße. Ich kann dich nicht runterschmeißen, so. Alter, wir gehen nach dem Ausdruck zweifal. Ich wollte die Leiter benutzen, und die Leiter wollte mich nicht zu benutzen haben. Ach ja, das versteh ich. Na, was ist denn hier los? Boah, unglaubliche Dinge. Über Action. Über mir ist einer gestoppt. Echt? Ja. Ich glaube, WANVA ist es. Meinst du? Ich glaub's auch. Versteh ich nicht. Ich meine sowas in der Art gehört zu haben. Nein, hast du nicht. Man! Denk ich. Oh, ich hab keine Muni mehr. Na ja, hier ist eine Shotgun. Ach komm, machen wir jetzt mal anders. Warte, ey, komm bitte. Ey, kannst du nicht einmal so, Alter? Alter, dein Ernst? Was war dein Ernst? Kannst du nicht einmal jemanden übrig lassen? Ich werde da gerade gespannen, da sind schon zwei Leute tot. Ja, ich bin jetzt schon tausend. Ernst? Warum hast du mich hier mit der Taube? Ach, der stand da vor mir. Ich wollte erst den Newton-Launcher nehmen, aber da dachte ich... Ich bin jetzt zwei Leute, bevor ich überhaupt wieder am Leben bin. Oh, komm. Was da mal nicht so langweilig war. Die gucken mal ein bisschen länger, dann können wir auch mal schauen. Also ich muss sagen, heute... Das Wand war irgendwie Dauertraitor, kann das sein? Das ist total langweilig. Das ist meine Geburtsrolle eigentlich noch. Jetzt Traitor und zwei Minuten, nachdem das Wort sind, schon zwei Leute tot. Ja, das... Weepa und Snake standen hier... So schön. So schön. Ist so schön, Wandball. So schön. Dein Kollege hat gar nichts zu machen, du kannst alles machen. Oh, der dürft hier Niskus. Komm, ich hab auch einer. Auch einer. Was macht ihr hier? Hier ist noch eine Deagle. Nein, ich hänge fest. Wie ist das Reepa, war's? Genau unter der Träte? Nein! Erste raus! Erste raus! Der Strock! Der Strock! Der Strock! Der Strock! Erste raus! Der Strock! Der Strock! Der Strock! Ich zähle nicht! Nein, nein, nein! Ich will gucken, wo die Leislinen gefallen, ne? Ich hab den Strock! Der Strock! Der Strock! runter hier, stopp, aber runter plumpst. Ach, ey, wo ist denn die Leiche hingefahren? Das wollte ich nicht. Was, wer hat mich runtergeworfen? Wollt mich hier runtergeworfen in den Sand? Ich stand gerade auf dein Kopf. Äh, ich stand nicht da oben, hä? Ich stand gerade auf dein Kopf, da hab ich gedreht, bin ich runtergefallen. Apropos Funfact, ne, wo es um Sand geht. Sanduhren sind ganz selten mit Sand gefüllt. Neue Deutschgefahren. Wo mit denn? Mit Glassplitter? Ne, meistens mit Marmorstaub. Ah, ich weiß wirklich warum, ja. Oh, Scherz. Und das, der will mich mit der Hinzu umspringen. Ich bin hier festgepackt, ich komme nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wo ihr seid, Kollege. Oh, daneben. Also der Glück. Ja, gut, der will mich töten. Nein. Wollte ich den Letzten hier umbringen. Putzen, wir können nicht gestorben. Guck mal, die haben wir schon weg. Irgendjemand hat gerade wieder Vollschaden bekommen? Vollschaden. Nimm doch mal lieber die Fahrstühle. Zumindest weiß ich, wo ich bei sich verstecke, wenn jemand stirbt. Ne, ich sehe ihn auch. Eins, zwei. Wo ist der Rest? Da hat sich was bewegt. Ah, ich gehe jetzt. Okay, ich stand auf, wo ein Scheinwerfer war. Hab nix gemacht. Da ist ein Wanzenschwein. Ja. Ein Wanzenschwein. Wanzenswar. Cyber, erschießt mich gleich mit dem Headshot in den Röntgerkopf. Ja, ohne Skinden überhaupt bei dir. Ich dachte gerade, du willst sagen, ein Headshot in den Rücken. Das hört sich gerade irgendwie so an. Ja. Aber du hast keinen Skinn bei mir. Oh Mann, spiel mit mir nicht doch genau in der Aufnahme. Weiß das nicht. Kommst du da nicht mehr raus? Ne. Du da hinten? Ja, da hinten. Wo da? Was ist da hinten? Du da hinten? Kommst du ja nicht mehr raus. Ich komm hier raus. Achso. Da gab es irgendwie so verzweifelt hüpfend aus. Hilf mir, ich komme nicht raus, hilf mir. Wenn ich tot bin, ist es zu sagen, aber der sieht mich. Ich glaube, er ist noch auf seinem Desktop derzeit. Äh, ne. Achso nicht mehr. Wo sehe ich dich denn? Da sehe ich dich. Ja, da, da. Bei der Generator. Okay, so. Halt mir fest. Excel ist tot. Und was ist mit dem Rest? Du hast ja gleich ne Disco da oben. Da heißt der Lama. Und ich ne. Da heißt der Lama. Also bei der Superdisco, die da oben ankommt, glaube ich nicht, dass du da irgendwas machst. Ich wollte nicht wissen, wie die Superdisco wieder hochkommt. So weit. Jetzt ne Superdisco, ne? Also meine Fliegen. Gut. Du baust da noch ne Rakete dran? Ja, genau. Ich baue noch ne Rakete dran und mach die dann in den Rocket Launcher und dann schieße ich das Ding hoch. Und wenn das Teil abgeschossen wird, macht der Abstoß, der macht mich dann in den Defender. Nao ist, glaube ich, gerade tot. Nein, ich bin nur gefallen. Also ich dachte, du bist jetzt tot durch den anderen. Ne. Also ich bin für einen verantwortlich gewesen. So rum. Ich habe den Fahrstuhl gedrückt. Hast du den anderen umgebracht? Und dann war Snee da und der Fahrstuhl und so. Ah, okay. Snee ist tot. Das ist kein großer Verlust. Ähm. Was ist denn? Ähm. Hat gerade jemand Reaper weggesniped oder hörte sich das nur so an? Ah, der läuft da noch rum. Der läuft da noch rum. Ah, ja. Gut, gut. Warte mal, aber wenn Cyber das sagt, dann ist das immer... Der kommt, der kommt hier hoch. Ich wette, wenn wir eine Superdisco hier hochwerfen. Ah! Ah! Da kommt die hoch! Ah! 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 Panik! Wow, das sind ja Kanten, worüber man laufen kann. Panik! Wo ist der hin? Mich, 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 mich. Das möchte ich nochmal reproduzieren. Deswegen machte ich gerade Skridterils. Welche Trailer hast du alles gekauft? Hä? Nabo shopp doch! Nabo hat geshoppt! Ich guck dich an. Ah, der Fasch ist kaputt. Wir haben gerade doch auf dem Scheinwerfer geshoppt. Ja, nee, ist klar. Hä? Nein, ich hab da gar nicht hingeguckt oder so. Naja. Das war random. Das war random. Das war keine Absicht. Nabo hat gar nicht geshoppt. Ja, Ego, das war auch keine Absicht. Weißt du, wie? Erstmal werde ich random gekürt, ist der Disco. Scheiße. Das war random. Nein, du wurdest gediscot. Der Disco ist was anderes als gerandomt. Ja, ja. Aber da kann mir jemand sagen, dass der Disco liegt. Slay macht der Disco fest und sagt, dass ich mit deinem Trigger stecke. Ich lass mir auch gerade. Ich schiefe auch von sich. Sollte man ja Discos, glaube ich, hier verbieten, oder? Wie auf dem Tor. Nö. Das würde den Spaß dieser Karte zerstören. Werde den Spaß weg. Ah, Mann. Ich sag dir gar nicht, das habe ich als ein Kollege. Aber hier ist halt... Ich wollte gerade Judenlautscher auf Slay anwenden und dann auf einmal... Yo, ne? Also Slay. Yolo. Disco Party. Ich bin nach unten gegangen, lieber. Alter, ich hab auch noch so'n Luck-Shot-Headshot auf dem verwandten Skin. Was ist das? Alter, Slay hat den hier auf mich geworfen. Ja. Gar nicht. Slay, dann geht doch mal durch hier. Lauf mal hier weg. Der ist das... Ba-daaaaan. Slay. Was? Bist du tot? Nein, aber du wirfst Richtung mir einfach bei so'n verschissenen Disco. Nicol. Ja, ich bin ihm dann richtig stolz, aber auch wenn die Duba beschweren. Das schädet dich nicht, Duba. Nee. Was macht die Dinger, Alter? So, Reap, aber wenn ihr noch eine Disco liegt, dann ruhig. Ich will die, so. Ich glaub, hier liegt keine Mäh. Ich hab alle Granaten runtergekommen. Wenn die keine Disco wäre, dann bremst sie halt. So, ich kippel schnell noch die Dinger, dann bin ich hier weg. Du bist dran. So, hi. So. Manu, Penn! Grund ist vorbei. Alter, ich... Oh, was? Ich... Ja, ne? Also, das war jetzt... Also, schon... Also... Snell, woran stirbst du eigentlich immer so schnell, der Man? Bei irgendeinem an Disco-Squad? Ja! Ich mach mal nicht mehr. Ja! Wie lang, Racki, war so prima mit den Disco-Squad? Woh? Zumindest vielleicht mit den Rennen-Discos-Werfen. Ja, das ist echt zu... Ich bin eben geschaut, weil die Disco-Snell-Fass gebacken ist. Nein, das ist zu langweilig sonst. Echt? Runterschubst du nicht? Aber... Warum schubst du mich einfach ohne Grund runter? Du musst doch nicht an der Kante stehen. Und? Ich stand ja nicht an der Kante. Ich stand ja nicht an der Kante. Es war einfach so ein Gold-Slay. Runterschubst du mit dem Newton-Loucher und dann... Oh Mann! Wer nicht fallen will, sollte... Oh, Cyber ist runtergefallen, glaub ich. Sollte von der Kante weggehen. Cyber hat, oh Mann, gerufen und dann hab ich jemand sterben gehört. Ja, ich glaub auch. Ich glaub, Cyber ist tot. Was hast du dich jetzt eigentlich verrät? Irgendwo runtergefallen. Ich hab dich gru-e-spawned. Ja, danke, aber... Wieso fliege ich 14 Kilometer, wenn ich ne Leiter berühr? Keine Ahnung. Das hab ich mich aber gestern auch noch gefragt. Die ganze 14 Kilometer einfach durch eine Leiter. Warum gibt's das bei uns nicht? Den echten Nehmen, das wäre ne schnelle Reiseart. Aber schmerzhaft. Ach was? Kaufst du ne Flopper? Und die Leute gerne dazu beziehen? Ach so, ja. Weepa kauft ja einen, ne? Äh, Weepa schießt auf mich! Okay. Weepa ist die... 100%ig. Wieso schießt du denn jetzt nicht mehr? Ah, Weepa hat ne Rotation. Und Weepa ist tot. Ich hab gar nur... Der, der nicht zuschossen oder du schossen hast. Ja, selber. Hast du jetzt Weepa? Okay, er macht keinen Peng. Ah. Ist er zu? Ja, ja. Wo ist der Aufzug? Oh, ich hab die Rotation dann bekommen. Ach, der fährt nach unten. Das ist nicht nur 13 Sekunden. Der fährt nach unten, ja. Auf einmal. Ja gut, ich bin inno da. Ist das nicht so dramatisch. Hier bin die Rotation, wenn du nicht gut runterfällst. Bitte. Gibt's ja noch besser machen, Leon. Komm schon. Vielleicht. Gehen Sie Party. Gehen Sie irgendwie. Go. Alter. Wir haben doch gesagt, keine Disco. Vielleicht sollte man das Random Disco werfen, einfach unter... Lassen wir nun. Aber ohne ist langweilig. Aber immer auf mich ist auch nicht witzig. Hallo Navo. Vielleicht bin ich tot. Vielleicht bin ich tot. Ich fahre jetzt mit dem Aufzug. Willst du überhaupt mit dem Aufzug fahren? Der kommt wohl gar nicht. Will jemand von euch tanzen? Ah, jetzt kommt er. Niemand tanzen? Walzer? Ja, Walzer, Alter. Drehst du dich zwar nicht so schnell, aber... Können wir gerne laufen. What? What? Ich war keinen Schuss von Navo und ich war tot. Was zur Hölle? Nein, es waren zwei oder drei, aber... Ich hab auch zwei, drei. Geflogen. Wieso bist du nicht geflogen? Ich hab abgefeuert. Bei mir hast du nicht abgefeuert. Doch. Ich hab gerade genau in dem Moment abgefeuert. Du hast mich einmal getroffen, glaub ich, bei mir. Ich war in der Fluss. Ich war in der Fluss. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen schlechten Ping. Dann fällt einer ins Bodenlose. Oh, ja, ich auch. Das ist das Niveau. Ich hab einen Schritt zurück gemacht und war tot. Ey, ich bin der mit dem besten Kamer. Ich nutze dieses Scheißding. Diesen Scheiß-Dunen-Launcher nutze ich einfach nicht, weil das Ding ist total für'n Arsch. Ich bin nicht so. Das liegt daran, weil immer zum Zauber runterfallen. Ich hatte das Ding auf jeden Fall. Immer wenn ich das Ding verwende, dann kommt nix und kriegt nix auf die Reihe. Hm. Weil immer irgendwas schief läuft. Nur wegen diesem Cack-Nude-Launcher, so. Also, Snail ist schon mal Trigger-Havy. Das ist auf jeden Fall beruhigend. Ich glaub, hier sind alle Trigger-Havy, oder? Ja, sehr beruhigend. Äh, nö. Trigger-Havy ist, äh, unter 800, glaub ich. Wir haben alle 1000k bis auf Snail. Ja. Aber hat, hat Reaper nicht eben die Disco geworfen, wo durch die Runde gefallen bin oder war Snail? Gute Frage. Ich dachte, wie ist der Reaper gewesen? Nee, warte, Reaper hab ich doch erschossen. Reaper schappt da gerade dauerhaft. Also wirklich hartemäßig. Äh, in der Runde, äh, in der Runde, wo ich durch die Runde geflogen bin, hast du Reaper definitiv nicht erschossen. Weil du da inno warst. Achso, da meintest du nicht die letzte Runde? Nein, die meinte ich nicht. Ja, okay, okay. Ich war immer noch die Runde, wo ich als Trailer durch die Disco runtergefallen bin. Ja, uh, da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern, er ist viel zu verdammt, ja. Ja, das ist schon... Weil die mich immer noch aufregt. Das bringt Spaß dahinter zu kriechen. Das bringt Spaß dahinter zu kriechen. 500 her. Ja. Es tut ihr, äh... Das ist die zweite. Mal kommt die dritte. Ja, weil ich jetzt in den Discos werfe. Kann ich auch, wie gesagt. Wir haben ja gar keine Disco hin. Wer steht? Wer steht? Wer steht? Wer steht? Boah, Alter! Wer der Buch? Äh... Glaube Ripper hat nen... Dein Ernst, ja? Ach, Ripper hat den Tötel gespürt vorher geschopft, ne? Nein, Cyborg ist der Traitor. Was ist jetzt versteckt? Hey, da steckt ein Messer da. Wie ist Echse gestorben? Äh, da steckt ein Messer in ihm drin. Ich könnte vielleicht vermuten, was das mit ihm zu tun hat. Cyborg ist tot, der liegt aber da, unerreichbar für mich. Ja. Äh, da oben drin. Aber ich hab ihn erwischt. Da oben drin ist auf jeden Fall... Top. Gutes Bestrahlen. Da ist erreichbar zum Wiederbeleben. Es sei denn, man kauft sich irgendwas zu tun, rumzufliegen. Und das kriegt man halt. Ja. Es sei denn, es kommt plötzlich ein Detel in die Runde. Belebt ihn wieder. Ja. Der ist Traitor, ich würde ihn nicht wiederbeleben. Es ist alles schon mal vorgekommen. Ja. Ja. Ach, da kommt ein Wanwar. Ach, hallo. Ja. Das war spät. Aber gut. So. Äh. Ja. 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 Wie gesagt, sei froh, du hattest wenigstens einen Flopper. Ich hatte gar nicht. Ja. Aber nur die, äh, Wandoms, oder? Ja. Was ich witzig fand, zum Beispiel. Nee, generell bitte alle. Ich steh, ich steh hinter dir, dringend Flopper. Rotation Gun und so weiter ist schon schön genug. Na gut. Du hast mich aber noch abgetroffen. Ja, aber, ähm, ich fand's witzig, weil ich hab hinter dir einen Flopper besoffen. Direkt hinter mir. Ja, ich hab, ich hab, ich hab nicht mehr Winn bekommen, dass du überhaupt neben mir stand. War hinter dir direkt. T-N-E-C-O-N-N-E. Ähm. Aber wie wir ja wissen, kann hier Traitor rückwärts schlechter Wurschtabier als Inno. Ihr habt die gerade alle runtergeworfen. Ja, trotzdem, unten kann ja auch jemand stehen. Da muss man echt überlegen, wenn Traitor. Denk ich die Wolken überwerfe. Also R... Achso, Moment. Also ich hab hier R-O-T-I-A-R-S-T. R-O-T-I-A. Und... Der ist einfach keine Discos mehr. Punkt. D-I-A. Ja, das stimmt ist, ich hab hier Snedern vor mir stehen. R-O-T-I-A-R-T. wenn ich tot bin, ist es aber ich bin gleich... Darf ich mal? Wo muss ich immer schubsen? Hä? Ich hab dich nicht geschoben! Nein, nicht du! Mein Reaver, der hinter dir läuft! Den hab ich nicht, den hab ich nicht. Wenn ich tot bin, muss es weiter. Wenn ich tot bin, muss es weiter. Wenn ich tot bin, muss es weiter rumlaufen. Wenn ich lebe, ist es Snail. Ey Snail, er hat ein Schuriken! Er hat ein Schuriken! Nicht nur zwei, sondern eins! Ähm... Buch gemacht, der Bander! Ich seh da nur so ein... Irgendwie kommt mir das... Theerich vor. Mysteriös! Nein, so warte! Thüringer Würstchen? War jetzt ein Thüringer. Reaper ist tot. Oh, ich hab's ne Line gelangt! Ja, ich hab's doch gesagt, Reaper ist tot. Der hat geschrieben, oh shit, und dann... Da ist, wann war's? Hier oben, bei mir liegt er. Bist du überhaupt? Ich kann ihn auch gerne runterwerfen. Ich kann ihn auch gerne runterwerfen. Jetzt hab ich ihn runtergeworfen. Oh, er fliegt noch weiter runter. Okay. Oh, oh, jetzt hab ich aufschmerzen. Hast du Snail runtergeschmissen, äh, wann war? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, diese Shuriken sind doch eigentlich nicht mehr so gut Waffen, oder? Mit der Leiche spielt man aber ne. Ja, die kannst du auch verwenden, ist doch nix. Ja, aber die machen doch, glaub ich, nur 50, oder? 70, der Möchel. Da lässt er mich noch nicht mal schubs. Nein! Das sieht nicht schön. Das ist doch auch gut, Nabo. Ich glaube auch, Nabo ist es. Ich kann's mir gut vorstellen, aber... Ich mach mal so'n groben Test. Was denn? Dead Ringer, oder? Ne, ne. Sehr gut, das wär eigentlich auch unfair ein bisschen. Ich hätte... wir haben ja nur nix gehört, ne. Von daher. Ja. Ich sehe da ein Exe. Wo? Verrat ich dir. Wo bist du? Du könntest mich weg machen, deswegen. Jetzt seh' ich dir nicht mehr. Ich bin echt nicht sicher, ob du das selber sein sollst. Wer macht Akrobatik? Wer macht Akrobatik? Wer macht Akrobatik? Ach, Riebus Leiche. Ah, ja. 1.45 auf der Ruhe steht. Was? Und dann? Ich hab mit mir selbst geredet. Ah! Cyber hat einen Weg zu mir gefunden. Ah! Hi, Anwar! Äh, ich war schon kippend zu sein irgendwie. Hast du Wanwar als Target, oder was? Nein, ich hab... Genau das war mein Test. Ich hab Riebus Leiche da rumpen gebopfen. Wer ist da unten? Ah, Wanwar, okay. Ich hab grad nur jemanden lang noch gesehen. Da ist ein Wanwar. Jaaaa, ey. Jetzt finden alle auf einmal was zu tun. Gut, ich bin weit entfernt. Also ich war unten, weil ich über das Gleiche rum gespielt hab. Darum war ich. Ja, 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 ja. Nee, ich bin oben. Sagen sie alle, dann sind sie schwanger. Ach ja, ist klar. Nee, ist klar. Nee, 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 nee. Da ist wieder Wanwar. Alter, was machst du denn da? Geht mal hier runter, warte mal. So, ey, da ist Nabu. Nabu kommt schon wieder verdächtig vor. Ja. Hier schon wieder ein Ex rumlaufen. Ich... Oh. Ey, da liegt die Spring mein Nabu. Du bist es doch 100 pro. Die hab ich nicht gesehen. Also sorry, du bist... Das ist 100 pro Nabu. Ach komm. Ja, Nabu ist ganz sicher. Ich hab den Wort beobachtet. Hätt der klappen. Nabu ist beim Spawn in etwa. Ja, die war's beim Spawn. Ja, da so links unten hab ich das jetzt mal gesehen. Ich hab auf sie geschossen. Da hab ich so erstmal ne Blutspuffling gesehen. Meine Blutspuren, ja. Ich denke mal, wenn ich weiter ihr psychologisches Profil, ähm, verfolge, dann würde sie jetzt Richtung diesen einen Fahrstuhl ausführen. Ja, komm doch mal raus, Nabu. Komm doch mal. Wo ist er denn? Äh, das kann ich nicht nehmen. Ähm. Also ganz grob. Äh, das ist ein Turm. Vor einem Zeppelin. Welchen Turm? Der Turm, wo ich bin? Das war ganz schön knapp, weißt du das? Nein! Wo zur Hölle ist er? Nein! Du siehst ihn nicht! Oh! Was? Wieso kann ich nicht werfen? Ach, warte mal! Wo ist er denn hin? Weg! Da! Nein! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bye, bye! Tschüss! Tschüss! Tschüss!